Und zum Schluss noch etwas fürs Herz. In Zeiten von Corona finden sich ja so viele schöne Ideen und Aktionen im Netz. Viele Musiker, die Online-Konzerte geben. Zum Beispiel die Musiker des serbischen Nationaltheaters. Als Zeichen der Solidarität mit Italien haben sie sich per Videokonferenz zusammengeschlossen. Einschließlich Dirigent. Jeder für sich von zu Hause und doch gemeinsam spielen sie die Partisanenhymne Bella Ciao. Andreas Zulinas conducting for the Serbian National Theater Orchestra. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017